Die Arbeit machte mir Spaß und die Liebe machte mir Spaß. Und vor allem mag ich es, mich zu entspannen. Eine Sauna zum Beispiel ist sehr entspannend. Man liegt dort, schwitzt und träumt. Und manchmal, wenn man seine Augen öffnet, ist es immer noch so, als wenn man träumt. Die Arbeit machte mir Spaß. 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 Die Arbeit machte mir Spaß.